Es geht eben so ein bisschen darum, dass es mich genervt hat, dass meine Freunde alle vor ihrem Handy hängen und immer, wenn mein Lieblingslied lief, das war damals tausendmal berührt von Klaus Lage, da haben die das gar nicht gehört, wie toll das ist, weil die irgendwie Fotos gemacht haben für Insta oder so. Und deshalb habe ich das ein bisschen umgedichtet. Mein Text heißt, tausendmal geklickt, tausendmal ist nichts passiert. Tausendmal geklickt, tausendmal ist nichts passiert, denn das, was du da berührst, ist eine Oberfläche und tausende Sensoren haben nur Konzernen den Gewinn geschworen. Du wolltest hier bloß den Abend vertreiben, dich nicht gerade allein fühlen und locktest dich ein. Ihr schickt euch ein paar Herzen und dabei soll es auch bleiben, du denkst nicht im Traum, dass man sich treffen kann. Du weißt nicht, wie ewig ihr zwei euch schon sehen wollt, doch täglich snappt ihr euch was Neues aus dem Leben zu und da steht dieser Moment, wenn du 1000 Follower hast. Du denkst nicht im Traum, dass es dich treffen kann. Denn bist du nicht dabei, gehörst du nicht dazu, dann passt du nicht herein und auf dich geht keiner zu. Dich klickt auch keiner mehr an, wenn er was Besseres haben kann und auch nach tausend und einer Nachricht hat es eben nicht Zoom gemacht. Ihr wart niemals Freunde in all den Jahren, lass dich nicht stören von irgendeiner Frequenz und vergiss deine Insta-Fans. Du wolltest dir bloß den Abend vertreiben, doch das Bling-Bling deines Handys lässt sich wieder schweigen. Du lebst den Moment und schwimmst mit dem Strom, doch wenn das Akku dann mal leer ist, denkst du eher, du bist für ihn nur irgendwer. Denn du weißt nicht, wie sein Haar riecht, war doch alles ganz logisch, doch am Ende nur ein Algorithmus. Dir gefällt schließlich nur das, was ausgerechnet zu dir passt. Ausgeblendet wird das, was du hast, automatisch. Doch was, wenn ausgerechnet das, was du wirklich brauchst, an dir vorbeisaust, während du gerade wieder auf deine Oberfläche schaust? Dann hast du wieder tausendmal geklickt und tausendmal ist nichts passiert. Also klick ihn nicht mehr an und fang mit mir von vorne an. Ich weiß nicht, wie ewig wir zwei uns schon kennen, aber keine Frequenz kann mich von dir trennen. Oh, wie viele Nächte weißt du schon nicht mehr, was dir fehlt, weil dir das alles nur die Zeit für deine Sinne stiehlt. Was sind schon diese tausend Sensoren? Ich trete jetzt an deine Ohren und sage, tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Tausend und eine Nacht und du glaubst nicht, was das mit dir macht. Denn unser Moment ist jetzt mit deinen Freunden, hast du dich verschätzt. Ich weiß nicht, was das soll, ist das alles. In deinen Augen spiegeln sich grelle 4,7 Zoll. Ich fahre an die Orte deiner Zeit, erinnerst du dich? Wir haben Indianer gespielt und uns vor Mama in den Büschen versteckt. Was ist eigentlich los? Hast du denn gerade nichts gefühlt? Da war dein Profil noch rein, offline. Wir hatten uns tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Doch nach tausend und einer Nacht wirst du wieder frei sein. Denn dieser Moment hier ist länger, als die Entscheidung zwischen Gefällt mir, weiterscrollen und Gefällt mir nicht, weiterscrollen. Ich mach dir diese Reise hier zur Pflicht. In deinen Augen, ich weiß, was das soll. Nie wieder 4,7 Zoll, denn bei mir bist du dabei. Hier passt du auch herein und ich weiß, was das soll. Was dir fehlt, ist ein Wort, liebevoll. Also meld dich ab und schnall dich an. Ich weiß, dass Opas Trabi uns noch tragen kann. Auf der Autobahn, du fühlst es, ja, das ist schnell. Vergiss dein virtuell. Vergiss die Fotos von Burger bei Meckes. Nimm Omas Butterbrot und schmeck es. Vergiss IBFs und alle Instagramer. Heute spielen wir wieder Cowboy und Indianer. Alles ganz logisch. Wir kennen uns zu lange, als dass es sonst nochmal irgendwas wird. Doch so aufgewühlt hab ich dich nie gesehen. Du sitzt neben mir und ich schäm mich fast dabei. Was war bloß passiert? Wir konnten endlich offline gehen. Jetzt weißt du, wie mein Haar riecht und das Benzin von der Tanke. Als wir dann endlich das Meer sehen, höre ich ein leises Danke. Jetzt wird Algo zu Autorhythmus, denn wir lauschen der Musik in meiner Karre. Sie vergisst ihr Phone und das Bling, Bling, Bling schaut mir in die Augen. Und wir singen tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Tausend und eine Nacht und es hat endlich Zoom gemacht. Dankeschön. Ladies and gentlemen, Julian Henry Helmut Raab.